so hallo ist naruto 1986 herzlich willkommen zu dragon ball xenova 1 part 25 dann muss ich jetzt erstmal als erstes gucken gehen ob wir überhaupt dieses ding zum aufladen haben wir irgendwas haben zum power aufladen nope hey tschala xena was ist es wieder ruhe na was und 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 Wir können alle noch machen, das mache ich auch noch. Ähm, warte mal. Ähm, Offline-Kampf, ne. Ah ja. Hier sind zum Beispiel die Offline-Kämpfe. Ich kann mich gar nicht mal so im Kampf eins gegen eins. Hier kann man zum Beispiel die Schaukampf machen. Aber ich finde es cool, dass man, dann kann man auch hier so ein paar Kämpfe machen, das ist nicht cool. Aber ich will gucken, welche Charakter ich alles habe. Weil ich halt den Ding hier auch habe, dieser, ähm, Ding. Das ist mein eigener, ich kann auch mein eigenes Nutzen, das ist klar, das soll ich auch. Ah ja, hier. Ah, geht mir nicht. Hier, Super Teenage Gohan. Da haben wir den schon mal, das ist okay. Ah ja, die Cells habe ich auch. Ja, Mr. Satan habe ich auch. Aber es kommen noch viele dazu, kommen noch sehr viele dazu. Ja, der hat sich jetzt hier eingereiht, aber der reiht sich dann später hinter die anderen ein. Ne, das war alles, was ich gucken wollte. Ob das ist die Charaktere bei mir eingereiht habe. Deswegen, ich würde gar nicht kämpfen. Okay, ähm, weg. Okay. Objekt laden. Objekt laden. Objekt was. Ne. Kommt doch. Na, wir haben hier noch Glykone, da haben wir noch 20 dafür. Na ja, okay, wenn ich das schon denke mal. Um es zu kaufen, das ist ein bisschen, was habt ihr. So, Energiekapsel Z. Warte mal. Das ist, äh, ein großer Teil. Und das ist die Gesundheit vollständig. Warte mal. Die Verbündeten-Plinik stellt die Gesundheit aller Verbündeten wieder her. Stellt viele Gesundheit bei allen Verbündeten wieder her. Ne, die habe ich dann so gekriegt hier. Äh, hier. Äh, ne, da warte ich mit. Damit warte ich. Es reicht, was ich hatte. Das mache ich dann später. Äh, Zubehörladen, warte mal. Ich bin dran. Satans Perücke. Ah, ne, das war falsch. Da brauche ich das andere. Bam, bam. Das Kostüm. Fähigkeiten genau, das brauche ich. Ich bin dran. Ich bin dran. Äh, Blitzyb, Sonnenfaust, kann ich noch holen? Wochenend, den kann ich auch noch holen? Äh, warte mal. Meteor. Ne. Kann ich noch holen? Werde ich auch noch alles holen, aber lassen wir mal. Hä? Datenanzeige. Äh, warte, anpassen. Fähigkeiten. Oh, ne. Ausrüstung. Hier. Was ist das hier für ein Piccolo? Fähigkeiten, ne? Und dann... Dann haben wir hier Kaiogen. Und Super Saiyan. Okay, das lasse ich. Aber ich bin nur laut, das ist... Aber das ist nämlich sehr gut. Hier, 25, 23, 22. Das ist sehr gut, finde ich. Kampfwechsel. Ne, das lasse ich. Körper bearbeiten. Ein. Hä? Ausrüstung. Warte mal. Bei Setze, ich bin Super Elite. Warte mal. Äh. Super Ang. Oho. Ausdauer geht nie los. Ich bin Super Elite. Meister, Setze. Wie geht er ausrüsten? Ja, jetzt ist der Goku. Ausrüstung steigert Super Genki-Dama. Und bei aktiver Super Genki-Dama wird keine Schaden genommen. Da wird Ausdauer und Grundangriff gestärkt. Okay. Mal Plus und Schlag. Super Angriff. Okay, das ist nur um zwei. Das andere geht gut hoch. Okay. Fähigkeit ändern. Warte mal. Super Abwehr. Geist. Verbrauch. Geistboost. 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 Warte mal. Geistboost. Ja, genau das habe ich gesucht. Aber warte mal, kann man da irgendwas rausnehmen? Kann ich da was anderes rausnehmen? Super Abwehr. Energieladung. Halte Key-Taste gedrückt und laden. Okay, ich mache das. Aber ich glaube nicht, dass das gerade viel größer ist. Ich glaube nicht, dass das gerade viel verändert wird. Nee, hat bei mir nicht so viel verändert. Das hier auch ein Ding, das geht automatisch alles hoch wieder. Naja, aber das ist gut und nehme ich das, weil dann kann ich eigentlich Key laden. Mir ist es lieber, wenn ich meine Key aufladen kann und dann voll draufbrettern kann, wenn ich dann ein Ding habe. Weil das ist bescheuert, wenn ich keine Key aufladen kann. Das ist doof. Sorry, ja, das ist doof. Das ist doof dann. Das ist so besser, wie das ist. Nee, ernsthaft, das ist so besser, wie es ist, weil das bringt ja nichts. Weil besser ist es, wenn ich dann Key aufladen kann. Weil, das bringt mir nichts, wenn ich dann weggeballert werde wie ein Esel. Ich kann es gerne nochmal probieren, mir ist es egal. Ich kann es gerne nochmal probieren. Ich siege fünf Krieger, okay. Keine Charakter. Brandattake, Teleportation, Superdrachenflug. Ja, von mir aus. Könnte ich gucken, ob ich Sinn kriege. Probier ich das jetzt nochmal. Mir ist das egal, ich probier es jetzt nochmal. Ah, alles klar. Achso, da kann ich, da muss ich dann hier drücken und dann hier Energie laden. Alles klar. Dann haben wir es nämlich, so Energie laden. Naja, da kannst du auch eine andere Attacke dafür, dafür kannst du auch andere Attacke einsetzen, wenn was ist. Laufsauslöschung, okay. Hä, ist hier keiner? Ich glaube, da muss ich hier hin, kann er sein? Ja, genau. Das ist so unfair, wenn er sich ankommen, ich habe Pappen. Ich muss ein paar Sachen reinigen, aber ich muss mich zuerst unpacken. Ich bin sicher, dass ich dein Zuhause habe. Ich bin sicher, dass die Aufmerksamkeit noch nicht mehr glaube ich. So, ich muss mich defensiv machen, wenn er nicht mehr hat. Hm. Ich muss eine andere reinsetzten, dass die Ultraschung nicht mehr hat. In dem sind gar nichts. Okay, gegen diesen... Ah, ich muss ein paar Wissen vertreffen. Ich muss gar nicht weiter. Okay, gegen diesen... Ah, ich muss mich narrativieren. Ah, ich muss mich eher vertreffen. Ah, ich muss mich nicht mehr vertreffen. Oh man! Oh man brech mich nach dem Mund! Das war's für heute. Köln Köln oder okay damals ist okay das heißt ich musste da hin weil er ist ja kein anderes Ding mehr sonst gibt's ja nur was in dem Sinn Köln Köln ödnis ödnis muss ich gar nicht sein ich glaube da muss ich hin ich glaube da muss ich hin ich weiß nicht 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 Ja, der Typ lässt mich ja nicht mal meine Kraft aufladen. Sorry, aber der übertreibt dermaßen gerade. Wie geht das? Der übertreibt so dermaßen. Oh, das muss man erinnern. Nein. Warte. Da brummt man nicht. Warte mal, volle Energie. Wie ging? Kraft Energie vorliegt. Ich nehme die, die andere, die ist mir zu blöd, die andere Attacke ist mir zu blöd. Ich gucke es jetzt nochmal. Aber ohne Witze, wie kann man es so scheiße übertreiben? Schrafft das nicht. Wie kann man es so übertreiben, Alter? Ich kapier das echt nicht. Ist ja ein Storzer. Gottes Versteckser. Ja, das ist doch nicht schön, Mann. Ja, das ist doch nicht schön, Mann. Ja, das ist doch nicht schön, Mann. Was ist denn das? Nein. Endlich meine Güte, Alter. Hä? Ödnis bin ich geworden. Nee, ich bin jetzt hier, genau, wo ich hin will. Okay. Ich weiß nicht, ob ich einen anderen Saiyajin weiß. Wie wird es mir? Übertreib nicht, Vegeta! Ja. Ey, Numa! Ja! 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 Aaaaaaaaaaadda! Knau mal rein! Bala überdreck doch einfach nicht! Die Fresse! Why not? Heh, ganz schnell alles zerbissen. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Äh... Mal gucken... Ich krieg immer mehr... Super, weil... Wenn man... ...verbraucht... ...die man jetzt hier vorhin ergehen soll... ...schade ist... ...schade ist... ...immunität, wenn du... ...einen Hund aktiviert hast... Hm... Ich glaub ich kann noch beides draus wahrscheinlich... Hm... Ja, das ist die Sorge, aber anders hab ich nicht gehört... Schlafhof, das ist ein Scheißegal... ...die sind die fast halt immer was mitgehen... Oh... 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 Sonnenläuter, aber ähm... ...warte mal wirklich, glaube ich... ...ja, das ist schon... ...hast mir noch 23, 24, 27... ...so... ...möchtest du überhaupt machen, gerade? So... Ah, ne... ...ich hol dir was an... ...das ist schlimm... Hey, aber... ...ohne Witz... ...Wegita über... ...ohne Witz... ...Wegita über... ...Wegita über... ...ernsthaft... ...sorre, dass ich das sag, aber... ...Wegita übertreibt so dermaßen... ...maßlos, also wirklich... ...ich verstehe ich... ...was zu übertreiben kann... ...wirklich... ...ist alles drin noch... ...ok hier... ...äh... ...ja, und das... ...nehm... ...und... 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 ...die Ausdauer... ...ja, da hab ich... ...ich weiß... ...siegen... ...klar... ...und... 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 ...die Ausdauer... ...ist gut... ...ja, alles... ...ach... ...maann... ...das ist... ...merven... ...eiter... ...das ist... ...eh... ...ohne Witz... ...ich hab grad... ...gleich... ...kein... ...bock mehr... ...ich würde grad... ...an dem Part auffallen... ...wirklich... ...as... ...was... ...ich... ...lacht... ...lochan zum... ...letzt... ...das ist mir... ...cheiß egal... ...das... den ich lasse bohren das ist mir scheißegal Alter das geht mir so auf die Eier Alter wirklich sorry aber ich raste nur aus und beleidige bloß wenn es so was ist sag mal wie ist das ja weil ähm ja nein weil ich beleidige nur so und raste nur aus deswegen lasse ich das nächste ist egal weil ich keine Mist an der Beschwingung lass mal weil ich will mich hier nicht aufregen und so das nervt mich einfach bloß das bringt probieren wir es von mir aus mir ist die Karte und so probieren wir mal so rum vielleicht kann ich vielleicht ziehe ich irgendwas ich weiß es nicht vielleicht er kann ich dadurch was besiegt wie wir werfen und so es war noch tschüss da alles klar und los auf nach zufüren Ich lasse es vielleicht so eingeschleppt mit aufladen und dann fertig. Ich spate hier nicht, vielleicht kann ich hier nicht so höher, aber gut, das ist gut. Ich bin so schwer, ich bin so schwer, ich bin so schwer. Oh mein Blattdorf, schütte ihn anta. Oh mein Blattdorf! Ich hab jetzt gehört! Ich hab's geflogen! 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 Ich weiß heute, ich verstehe das nicht, aber... Okay. Ich bin auf eine Ahnung, wenn ich. Ich bin in die Ahnung. Ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Ich bin auf eine Ahnung. Hey, du hast du getrennt. Ja, du hast du nicht getrennt. Okay, komm. Du hast dich nicht getrennt. Okay. 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 Oh, I'm not good. I'm not good at this. I'm not good at this. I'm not good at this. Oh man. It's all over. It's all over. We're gonna go. Okay. Oh, ich hab's gebraucht. 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 Oh, ich hab's gebraucht.